ja hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren let's play star wars battlefront 2 ja wir spielen jetzt ja ich muss nicht viel so sagen wir spielen jetzt oder flaggen erobern möchte und zwar auf dem todesstern klo krieger und stapel starten gleich also ich sitze jetzt so in der kamera auf einem schaukelstuhl also erfassen die feindliche jährung detaillierte informationen über das ziel zu erhalten und rechts bild sehen sie typ zustand namens piloten und die entfernung des jägers okay ja ich warte warte mich spielen hier im blick und ok techniker wir laufen gleich mal so so sind wir auch schon auch wenn die flagge untergefallen ja techniker so landern so wir laufen, 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 laufen wir haben die flagge verloren okay die hat eine flagge das heißt wir flankieren jetzt das heißt wir flankieren jetzt das heißt wir flankieren jetzt wir flankieren jetzt so wir müssen das jetzt hinbringen, darauf wir brauchen okay dann nicht okay dann nicht ah scheiße shit oh das sollt ihr jetzt nicht ja ich habe mich selbst ausgeschaltet aus Versehen natürlich ja war mir schon ein wenig ja war mir schon ein wenig okay okay das brücke noch ausgefahren ja die republik hat die flagge fallen gelassen ah naja du hast alles du hast alles du hast alles gut so ja wir haben noch gar keine flagge erobert das sollte dich langsam mal ändern dann so nee ich probier's lieber nicht die separatisten haben die flagge verloren die republik hat die flagge fallen gelassen die separatisten haben die flagge fallen gelassen die republik besitzt die flagge nicht mehr so holen wir einfach mal die flagge so die republik besitzt die flagge nicht mehr wo wo die separatisten haben die flagge fallen gelassen so so Jetzt bringe ich die Fliebe mal zu dem Dings, zu diesem Bereich, zu dem Heiding. Ja, wir gehen da lang, würde ich sagen. So. Okay. Die Musik steckt. Da hat die Musik steckt. Oh, der meint sie ernst. Die Republik hat gepumptet. So. Sollen die nächste Flieger. Ah, jetzt geht's wieder. War jetzt auch schon nervig irgendwie. Die Republik hat die Flagge fallen gelassen. Nein, muss doch nicht sein. Wo ist denn die Flagge? Das ist entscheidend, zu wissen, wo die Flagge ist. Wo ist denn die Flagge? Die Flagge ist weg. Ja, da ist sie ja, die Flagge. Ist da noch die Flagge? Die Republik besitzt die Feier nicht mehr. So, malala, 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 hoppala. Na, naja, egal. Uns werden auf dem Weg zu dem komischen Punkt sicher noch ein paar Troiden über den Weg kreuzen. So, diesmal mit uns aber beeilen, wenn sonst unsere leben. Ja, la, 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 hoppala. die ich muss gehen jetzt sowieso nicht mehr für ihn gesagt so guck mal an da okay wo ist sie denn? ja hallo so ich muss leider den Umweg nehmen schalten sie den Kampfdroiden aus superkampfdroiden ausschalten schalten für die Republik wir frankieren uns so wir frankieren uns so 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 was ich nicht frechend finde dass man mit Flagge nicht fliegen kann weil fliegende Truppen werden noch öfter manchmal noch getroffen als truppen ähm werfer und emp müsste mir eigentlich nichts ausmachen außer das vielleicht dass ich vielleicht nicht mehr mit anderen über Komnic sprechen kann aber oder dass meine Waffen kaputt sind aber was anderes dürfte eigentlich nicht sein und warum sterbe ich dann? das ist komisch so 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 die Republik besitzt die Flagge nicht mehr für die Republik schalten die den SKD aus ok lalalala ok super hey oh das war eigentlich nicht meine Absicht ok PLA lok ist Law jack ab Mar 19 20 und wow Ja, das war eine schöne Brüderkünste So, dann holen wir uns gleich die nächste Flagge Die Republik hat die Flagge fallen, ja? So, schneller als die Flagge Die Republik hat die Flagge fallen gehört Okay Okay Ich muss die Flagge haben Ich muss die Flagge fallen gelassen So Ich brauche Leben Ich brauche Leben Aber das würde nicht ausgehen Fürchte ich Oh shit Das geht sich nicht aus Aber wenn ich jeden umringe Muss das eigentlich Nein, das geht sich nicht aus Das ist unmöglich Klar Obwohl Obwohl Ja Es klappt, es klappt, es klappt, es klappt, es klappt, es klappt Ich schaff's, ich schaff's Ja Die Republik Puh Das nenne ich mal eine knappe Kiste Jetzt reißen wir uns nochmal alle zusammen und holen uns die letzte Flagge Die Republik besitzt die Flagge nicht mehr Ja Hmhm 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 Okay, wo komme ich jetzt hier raus? Ja Also bin ich raus gekommen, besser gesagt So Bist hier da unten So Nein 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 Okay, 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 okay Okay, okay, okay Die Republik hat die Flagge fallen gelassen Ich glaube, ich war seltsam, was meine Lieblingsklasse eine Lieblingswaffe war Ganz eindeutig war das Obi-Wan Oh ja So 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 ich würde gerne mal online spielen mit euch aber ich weiß nicht wie das geht ich glaube nicht dass meine playstation das noch praktisch online zu spielen was eigentlich doof ist ja das war das ende des videos ich hoffe es hat euch gefallen und ciao